Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dragmania United Forever in Solo Modos. Wir haben im letzten Part Plattform gemacht. Also ne, das war wirklich ein 49 Minuten Part, ja also. Ich hab schon gehört, bester Solo Part ever. Danke Leute, ich hab mich auch wirklich angestrengt. So, jetzt geht's weiter mit drin. Und, ja, rot. Und, ja, ich finde, die streng jetzt immer länger. Und, ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort erstmal alles Stadium durchmachen soll. Oder Island. Oder erstmal wieder so wie vorher. Ich würde sagen, machen wir es erstmal. Dann haben wir jetzt angefangen. Es ist 7 zu 42 jetzt da. Okay. Fangen wir an mit Stadium D1. So. Jo. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt immer beim ersten Mal. Das wäre besser. Weil, hab keinen Bock, in der Vier-Sonale-Stunde dran zu sitzen. So ein dumm Part hier, ey. So ein Goldmedaille. Ah, ich fahre dieses Auto. Juhu, Knight Rider. Alter, wirst du denn? Knight Rider All wird grün, wenn er mit dem Sand ist. So, ich hole dir das mal noch ein hier. Ja, du hast ja auch nichts zu sagen, Goldmedaille. Sehr schön. Ohne halbe Sekunde, nun ist ja nicht gut. Mann, wo ist denn das Ziel? Rastfreie Fahrt verarschen. Nein, das gibt's doch nicht! Boah, nee, oder? Oh Mann, das war ein Fail. Ist das schon wieder eine Minute umsonst? Ja, das meine ich ihm damit. Das dauert wieder 20 Jahre. Oh, jetzt ging er ein bisschen weiter als gedacht. Die Strecke ist ja nicht schwer. Ist total einfach eigentlich. So, schon mal eins, komm mal mit dem Z-Gold. Okay. Okay. Danke. So. Island D1. Also, ich habe auch mal in den Kommentaren geschrieben, weil ich Stunts auf Gold machen soll. Boah. Ey. Stunts auf Gold, ey. Du spinnst doch, ey. Weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich überlegen mir das mal, weil das dauert ziemlich lange, ey. So, immer noch ein Dodge Charger, ey. Was gehen wir denn da? Die ersten Martin, was willst du denn? VTF. Alter, das war perfekt durchgeflogen. Wer hat denn das gemacht? Fack, 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 fack. Okay. Ja, okay. 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 Jetzt bloß noch mal die Ziellinie bringen. Das wäre natürlich nice. Ich kriege es noch lange nicht zu Ende. Oh Gott. Ist schon irgendwas passiert. Um zwei Sekunden noch. Oh nein. 1,3 Sekunden. Yes. Komm. Juhu. Gleich im first try. Wo gefällt mir das? So Desert D1. Wenn wir auf schnell sind, könnte man das sogar unter 10 Minuten schaffen. Das wäre natürlich wirklich gut. Was war das denn für ein Geräusch? WTF? Wo geht's hier denn lang? Durch die Kanalisation? Wir fahren gegen Lamborghini, ja? Die Gottmedaille ist Lambo. Also nee. Was hast du in die Falle? Nein. Scheiße. Hau ab. Genau. Goldmedaille. So gefällt mir das. Rally D1. Jetzt läuft es richtig gut, ey. Alle Strecken im first try? So läuft es doch. So, jetzt haben wir es, Martin. Ich mache mal fertig. Oh, gegen Monster Energy. Oh, das sieht gar nicht gut aus, ne? Okay. Oh, WTF? Äh, okay. Auch 47 Sekunden ist hier die Strecke. So, okay. Gut. Ja, okay. Nein. Ja, gewonnen, ey. Goldmedaille. Meine Fresse, geht das jetzt los hier? Beim Solo-Modus. Fünf Minuten erst gefahren. Fünf Minuten, ja? Fünf Minuten, fünf Trecken. Alter, ey. So, wirklich, ey. Ich rocke hier die Piste. Oh nein, nicht die, oder? Ist es die? Es ist die? Nein. Es ist die MIP. Oh nein, es ist die behindertste MIP aller Zeiten. Ich muss es ausschalten. Oh nein, es ist wirklich die. Okay. Da habe ich so lange früher dran gesessen, das weiß ich noch, ey. Oh, wie habe ich's? Äh. Darauf könnte ich jetzt gefasst machen, das wird wieder schön lange gehen. Ich lasse es. Ich lasse es. Du haust mal nicht davon ab. Oh, ich seh es jetzt schon. Oh, ich seh es jetzt schon. Vielleicht kriege ich es ja noch, das wäre ja was. Oder ist es ja schon. Komm. Wo ist es denn lang, bitte? Nun, bleib hier. Nein. Auf jeden Fall schon mal ins Ziel kommen. Ja, das war früher die Map, die ich... Da habe ich so lange gebraucht, damit ich diese auf Gold geschafft habe, ey. Alter, ey. Aber diesmal werde ich es schaffen. Nein, nein. Schon wieder der Fehler, ey, wo ich hier... Ja, okay, da ist sie ja schon. Jetzt haben wir so. Jetzt haben wir so. Ey, jetzt haben wir so. Komm, 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 komm. Yum. Oh Mann. Ja. Ja, komm, bitte. Yes. Super. So, Coast D1. Also, Bay habe ich wirklich am meisten Angst. Wie wir schon in den letzten Parts erfahren haben, wo ich Bay über 10 Minuten gebraucht habe. So, jetzt haben wir mal ein stylisches Coast Car hier. Nicht die wie die anderen Dreckdinger da. Oh Gott, ging der Ska. Da habe ich schon mal leicht verloren. Oh, man sieht ja, wie ich hier... ...Skill. Oh, was, wo geht es denn hier lang? Ach so. Gar nicht gesehen. Okay, mit den Skillen nehme ich zurück. Tut mir leid. Bleib hier. Du scheiß Ding. Nee, kann man noch mal neu machen. Äh, auf jeden Fall auf jeden Fall unter eine halbe Stunde lassen, ja? Bitte. Unter eine halbe Stunde will ich ihn versuchen, ja? Also, mehr mache ich hier nicht draus, ey. So, drüber holst du mich jetzt erstmal nicht. Nein. Genau, perfekt. Wo ist denn das Ziel? Ach komm, ey, oder? Ist doch scheiße. So ein Drecksprung. Mit mehr Zeit, mit mehr Vorsprung, könnten wir das auch schaffen. Das sieht schon mal gut aus. Ah, okay. So. Komm. Oh Gott. So, ich schaff's. Schnell. Wir müssen schnell Snow D1 machen. Snow ist ja immer einfach, total, mein Gebiet. Das ist Mulchian-Gebiet. Oh Gott. Ich schaff's schon wieder sehr. Eins. Zwei. Juhu. Aber die Lenkung immer so geil ist. Da kannst du, äh... WTF, was machst du denn hier vor mir, ey? Das tut ja mal gar nicht. Nein! Ich wollte den Speedstreifen mitnehmen, deswegen. Nee, nee, nee. Oh Gott. So, jetzt bin ich mal vorne. Oh Gott. Was? Wo geht's lang? Wo geht's denn lang? Ja, da ist lang, wo soll ich denn nicht wissen? Okay. Nee, nee, nee. Boah, das ist doch scheiße, ganz ehrlich, ey. Oh Mann. Wir fangen gleich wieder von hinten an. Ich mach gleich die zweite Snowstrecke. Meine Fresse, ey. Und wieder 80 Jahre, ey. So, vorsichtig durch. Geh doch. Oh Gott. Dankeschön. Alter, flieg ordentlich. Was ist... Oh, was ist das denn für eine Dreck-Map? Ist die einzige Snow-Map, die ich gar nicht mag. Die ist natürlich richtig scheiße, ey. Nein. Nein. Hätt' da mal stillen. Och, Mann. Höh. Das ist doch nicht wahr, Alter. Wird wie ein Halstunde-Part. Mann. Oh, das hasse ich an, diesen dummen, benannten Solo-Morat. Paz, vor lieber ne Halstunde! Och, fick dich doch, Alter. Jetzt schon wieder 13 Minuten. Boah, fick deine Mutter, ey. Du Scheiß-Spiel. Boah, lande doch mal ordentlich, du Fick-Ding, ey, da. Du Sex-Puppe. Du Drix. Oh, so, jetzt fahr ordentlich. Oh, Speed. Äh, ne. Boah, noch schlimmer! Alter, ey! Was soll ich behindern? Und so, wieder ordentlich landen, genau. Was hab' ich dir denn angetan, Spiel, dass du mir sowas antust? Was, ich, das find' ich wirklich nicht nett. Nein. Oh, Kampfer! Ja, Mann! Gott, dann. Snow-D2. Schnell. 50 Sekunden im First-Try. Da muss das Alter im First-Try klappen. Ja, ist klar, dass du da lang fährst. Ah, du musst gehen, wir fahren. Okay, oh Mann, 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 Mann. Oh, was? Drei Sekunden, mein... Oh, was? Oh, was, was, was ist das denn? Was ist das denn? Oh, nee, Alter. Da fahr' ich in Sicht 2. Oh, Piss dich mal. Sie müssen sich 2 fahren, das geht nicht anders. Nein, oh, komm, Alter. Oh, müssen wir in Sicht 3 fahren. Ich hasse dich. Oh, da ab der Stelle denn. Mann, es ist doch behindert. Schein spielen. What the fuck? Wo mich... Okay, geschafft. Oh Gott, der hat die 27 kamen. Kommt da um zu ne... Äh! Ja! Alter, ist das eine Map, ey. So, Coast D2. Äh! Warte, jetzt haben wir schon 18 Minuten. Ja, super. So, bitte. Hau hin. So, Skyline, du mal. Ich mach dich fertig. Boom. Mitten am Hafen lang. Der schöne Haar. Und dann durch den Tunnel. Wo ist es weiter? Okay, da. Okay. Gut, fällt mir. Ah, was solltet. Ist das schon das Ziel? Nein, noch nicht. Jetzt, Moment, bitte nicht driften und nicht fehlen. Yes! Im First Try. Wunderbar. So, Bay D2. Oh Gott. Äh. Äh. Bay. Nicht Bay. Los, schneller. Oh Gott. Äh. Ist es nicht, ist es nicht die, oder? Ach, Bay ist am schlimmsten, ey. Ich hasse Bay. Danke schön, dass du mir das anzunehmen willst. Äh. Äh. Ich glaube. Was ist das? Erstmal ins Ziel. Oh, ich sehe schon, das wird so Arschlange dauern. Vier Sekunden schon mal verloren. Ja, fliegt da hin. Ist doch egal. Ist doch egal. Ist doch egal. Toll. So. Wie geht's denn hier noch weiter, Mann? Jo. In the water, eine Medaille, gefällt mir. Super. So, nicht mit mir. Scheiß Goldmedaille, du Dreckding. Hm. Ich kann hier ganz freustig. Genau, schön gerade springen. So, bitte jetzt hier nicht fehlen. Nein! Du scheiß dummer Poler! Du dummer Pole. Genau, Pole. Du musst da perfekt gerade landen. Ich muss da irgendwie... So, lalala. So, dann wird man immer einmal am besten. So, jetzt freu ich dich wieder hier um. Ja, okay, fahr da gegen... Ja, fahr gegen die dumme Laterne-Gang! Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich, Baby. Baby, du bist mein Ernstfeind. Ich will das ganze Leben. Ja, okay, fahr da gegen. Fahr da gegen. Verlier millionen Zeit. Nee, 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 nee. Das ist meins. Und darf denn der so gut fliegen? Und ich nicht. Ja, fliegt da perfekt. So, nicht mit mir. Vorsichtig, bitte, vorsichtig. WT. F. Alter, ey. Komm, bitte. Ja, Mann! Ja! So, Rally D2. Äh, warte mal. Jetzt haben wir uns über... Sag ich die Bronze-Medaille angeklickt? Ach, scheiß drauf. Du wirst eh millionenmal langsamer als die Gold-Medaille, also. Jetzt habt ihr mal nicht die Gold-Medaille drin, nur die Brunser, aber die werdet ihr eh nicht sehen. Die ist schon mal 10 Sekunden besser. 13. Nein. Was ist das denn für Mr. So, Brücken hier und ins Ziel. Ja, drei Medaillen. So läuft. So, schnell in den Raum. Und der sagt D2. 23 Minuten schon. Der macht so gutes Muttergereich, der muss da mal gehört werden. Was ist das denn? Was ist das denn für den Mist? Ja, drühe dich um. So. So, erst mal ein Looping rein. Uah. Was ist das denn für den Scheiß? Oh Mann. Oh Gott. Mann, ist das denn für eine Scheiße? Ach, ich muss da runter. Ach, nö. Komm. Wer soll es dann wissen? Wer soll es denn wissen, dass da so ein dobertscheiß Loch ist? Scheiße Loch hier. Dreckslöcher. Gehen in ein Einriffloch, ey. Dauert wie eine halbe Stunde hier, die Scheiße. Ich fahre jetzt vorsichtig. Warum überholst du mich? Hast du mal eine sparende Erklärung? Eine sparende Erklärung ist auch ein schönes Deutsch. Eine passende Erklärung, genau passend. Oh mein Gott. Und jetzt Loch rein. Boah. Ne, 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 ne. Okay. Ey, warum fliegst du so blöde? Mann, fliegt doch die Canyon runter, ey. Mann, die dreht gleich wieder die Kite so kaputt. Die eh nicht an ist, also. Wozu? Kite so kaputt machen, ey. Scheiß Dreck. Ja, wir haben vielleicht schon mal eine halbe Stunde. Das macht doch wirklich so Spaß. Den müsst ihr doch wieder hochzuladen. Ja, drei Stunden. Oh, ich hasse es. Ich weiß nicht, ob am Sonntag einer kommt oder Samstag. Der kommt auf jeden Fall, wenn ich das neue schaffe. Dankeschön, dass du jetzt mal vorbeigeflogen bist. Ne. Mann. Jetzt. Oh. Ja, ist doch ehrlich wahr, ey. Nach dem benennten Scheißloch ist da so ein dummer Ziel. Oh, ich hasse dieses dumme Desert. Desert and Bay ist scheiße. Gesamte Trackmania scheiße. Das Projekt wird beendet. Ey, Mann, ey. Oh. Oh. Ja, okay, okay, okay. Ja, okay, super. Oh, da hast du ja das beendet, der Ziel. Mann. So, erst mal da oben die Uhr wegmachen. Fick dich, Uhr. Fick dich, Donner. Leck mich doch an den Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts. Du bist nur Gottes Kack. So, jetzt schreib mal, äh, was ich gerade gesagt habe. Schreib mal den Film darunter. Von, die ich gerade gesagt habe, nachgesprochen habe, aus welchem Film stammt der Mist. Ein Tipp, der Film kam am Donnerstag, dem 2. August, ins Kino. Äh, Telefon, Pause. So, weiter geht's. Die werde ich bestimmt nicht mehr einholen. Nee, das war wohl gerade ein Telefonat. Wichtig, ja. Okay, halbe Stunde geht der Part jetzt. Super, gefällt mir. Desert hasse ich. Ich hasse Desert. Ich verfluche dein Leben. Das ist gerade mal D2. Wie soll denn D3 und D4 und gerade mal D5 werden? Mann, du Scheißding! Einmal mach ich noch, dann mach ich Cut, die. Ein Cut. Das kennt ihr ja schon bestimmt. Cut Mania, du Scheißdreckding. Was denn jetzt schaffe ich's? Ich bin jetzt ruhig. 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 Nein, das ist doch nicht wahr. Hey, komm. Eine Hundertstel. Hey, du willst mich doch echt verarschen, ey. So, zweite Mal ruhig. Okay. Geh doch. Leck mich, du scheiß Spiel. Komm, 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 ich will nicht mehr. Ah, 49, 14, ah, 49, die Zahl will ich nie mehr in den Mund nehmen. Oh, wenn der schon so gut anfängt, ey. Ah, wir fangen in Island Outdoor. Scheiße, Island Outdoor. Deine Mutter ist in Island Outdoor. Oh, Dreckspiel. Oh, wo geht's denn hier lang? Ach, du Scheiße. Ja. Wo soll's denn hier nochmal lang gehen? Da. Oh, drückt das dein Wissen? Boah, was ist das denn für eine Map? Die ist ja schon längst der BZ, der Scheiß. Ja, ich flieg ins Wasser. So nah mal machen. Dieser dumme Looping da hinten oder das andere Scheißding da? Da kommt noch ein Looping, oh Gott. Na je, doch. So, okay. Boah, jetzt fliegst du runter. Warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Ich schau, ich will nur dieses dumme Brick endlich mal beendet haben, ey. Ich glaube, ich zock das Spörein einen Tag mal schnell durch. Wenn ich da Lust dazu habe, nehme ich alles auf. Schneide es, Ränder es, lade es hoch, beendet, fertig. Ich gehe bloß mehr. Du baulst mir nicht, du scheiß Deckding. Weg da. No, up. Ja, BAM! Boah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ein 100 Step besser. Vor und fünf Minuten haben wir die 40er-Mage geknackt. Schnell mach hin. Was, ein Flugzeug? Meine Fresse, so 50 Sekunden. Oh Gott. So, geht jetzt ganz schnell. Stadium Weg, der King. Hier auch nicht immer, aber vielleicht. Ich. Weiter, das bist du, äh, für eine Goldmedaille, ey. Wollt's lang? Huh, noch geht's lang. Ach, hier. Scheiße, ey. Nein. Oh nein, ich sehe schon kommen. Ja, im First Try. BAM! So, Leute. Im nächsten Part geht's weiter mit dem D3. Und vielleicht die vier Strecken, wenn ich Lust hätte zu haben, beginnen. Oh ja. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Trackmania United Forever. Im Solo-Modus. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.